Hanna und ich werden ganz oft auf unseren Instagram-Accounts gefragt, ich weiß nicht, ist der Rettungsdienst, du weißt für mich, kann ich das schaffen, wie sind die Arbeitsbedingungen und verdiene ich überhaupt genug Geld im Rettungsdienst? Genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Ihr bekommt von uns auf alle Fälle Hard Facts zu den Arbeitsbedingungen, das heißt Arbeitsstunden, wie sieht es finanziell aus, wie ist die Belastung eigentlich so, was sind aber auch die Vorteile, genau das wollen wir euch heute zeigen. Letzte Woche sind wir ja schon darauf eingegangen, dass die Arbeitsbedingungen im Rettungsdienst nicht so gut wären, das hat zu vielen Diskussionen geführt, deswegen wollen wir in diesem Video heute ganz genau darlegen, was sind exakt die Arbeitsbedingungen, wer verdient, wie viel, wie viel muss ich arbeiten und wie schon gesagt, ist der Rettungsdienst was für mich oder nicht? Was muss ich aber jetzt mitbringen, um im Rettungsdienst anfangen zu können? Da ist auf alle Fälle wichtig, dass ihr teamfähig seid, dass ihr keine Angst habt vor Herausforderungen. Respekt ist immer gut, Angst ist immer schlecht, das können wir uns auf alle Fälle so merken und ja, ihr müsst offen sein mit verschiedensten Leuten arbeiten zu können, im Team sozusagen Entscheidungen zu treffen und auch vor allen Dingen Dinge nicht so an sich ranzulassen, im Sinne von, dass man schnell irgendwie sich angegriffen fühlt, wenn jemand mal ein kritisches Wort loslässt oder der Ton vielleicht ein bisschen rauer wird. Auch das sind Dinge, die euch im Rettungsdienst begegnen werden, einfach durch Stresssituationen. Jeder kennt das, in der Stresssituation sind wir alle ein bisschen anders und auch damit muss man umgehen können. Jetzt ist das erstmal was, womit alle klarkommen müssen, egal ob auf Position eins oder Position zwei. Es gibt natürlich auch Sachen, die uns negativ beeinflussen und dazu zählt eindeutig eventuell Schlafstörungen durch den Schichtdienst, wo wir nachts einfach keinen Biorhythmus richtig einhalten können und auch die körperliche Belastung ist sehr hoch. Jetzt muss man sich natürlich fragen, was für ein Typ bin ich? Bin ich eher jemand, der zum Beispiel ein Team führt und habe da Lust zu und traue mir das auch zu? Oft hat es einfach nur mit Zutrauen zu tun und mit dem Gefühl, wie fühle ich mich in der Situation, anderen zu sagen, was sie machen sollen. Und ja, da muss man einfach sagen, da seid ihr gefragt, hört in euch hinein. Seid ihr darf eher der Typ für oder sagt ihr, nee, ich bin eher jemand, der gut zuarbeitet, der im Team gut agieren kann, der aber die Verantwortung nicht treffen möchte bzw. die Entscheidung nicht treffen möchte. Natürlich, da rede ich jetzt von Position zwei, das ist in dem Fall der Rettungssanitäter. Da kann es natürlich sein, dass ihr auf einem Krankentransportwagen, also auf einem KTW, eingesetzt seid, auch als führende Position. Allerdings werdet ihr da nicht so mit kritischen Patienten konfrontiert und die Entscheidungen sind vielleicht ein bisschen anders als die, die im Notfallgeschehen eben im Rettungswagen getroffen werden. Was der Schichtdienst natürlich auch mit sich bringt, ist, dass es schwierig sein kann, Vereinssport zu machen. Das heißt, regelmäßige Trainings zu bestimmten Uhrzeiten sind einfach schwer zu erreichen und auch darauf müsst ihr euch einstellen. Genauso müsst ihr an Wochenenden arbeiten, Feiertage. Ja, es gibt für uns eigentlich, also nicht eigentlich, es gibt keinen Tag, an dem der Retter nicht besetzt werden muss. Und genau das ist der Nachteil. Manche finden es auch vorteilig und sagen hier, ich finde es schön, auch mit meinen Kollegen diese Feste mal zu feiern, aber das muss jeder für sich entscheiden. Und natürlich ist ein Heiligabend bei der Familie eigentlich mit nichts zu bezahlen, muss man ganz klar sagen. Auch mit dem pünktlichen Feierabend, das ist so eine Sache, trifft einen meistens genau an den Tagen, wo man einfach mal was vorhat und sich denkt, oh, heute super, habe ich um vier Uhr Schluss und denkt sich, um sechs gehe ich essen. Da könnt ihr mit rechnen, das kleine viereckige Kästchen würde auf jeden Fall gehen. Nee, also wirklich, das ist sowas schon frustrierend, aber wenn ihr dann rausfahrt und seht, was ihr da macht, dann gibt das einem auch ganz, ganz viel zurück. Ihr wisst, dass ihr was macht, was wirklich sinnvoll ist, was den Menschen hilft und das ist ein super Gefühl. Nehmt das einfach mit. Das ist der Tipp, den ich euch dazu geben kann. Eine Sache liegt mir aber auch noch am Herzen, einfach zu sagen und das ist die Rechtssicherheit. Die ist gerade, wenn ihr Position 1 seid, also der Entscheider seid in dem Moment, wirklich nicht so glasklar und das ist auf jeden Fall ein Problem, woran die Politik aber auf jeden Fall auch arbeitet, immer noch und hoffentlich auch weiterführend bessere Alternativen findet und das ist halt was, das müssen wir euch sagen. Vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe, hört sich vielleicht sehr negativ an. Das liegt aber einfach daran, ich liebe meinen Job und das gilt auch für den Marius und wir sind ja nicht umsonst der Blaulichtkanal, so sind wir auch irgendwo dazu gekommen. Wir brennen dafür und es gibt so viel Positives dazu zu berichten und wir haben halt immer so das Gefühl, wir müssen euch zumindest auch mal die Negativseiten zeigen, dass wir nicht alles nur schön heißen und ah, das ist eine super Sache, macht das total cool, weil dieser Job bringt natürlich Action, der bringt super Abwechslung, der bringt mehr als Freunde oder Kollegen, das ist halt wirklich schon sowas wie eine Familie, das muss man wirklich sagen. Man erlebt hier Sachen, die stärken total und ja auch die Dankbarkeit der Patienten. Man ist ein eigener Chef auf jeden Fall, das heißt ein eigenes Arbeiten nach seinen Vorstellungen und einer der Hauptgründe, warum ich den Rettungsdienst super finde, ist ihr lernt so viel über euch selber und ihr werdet euch so viel weiterentwickeln. Ich habe ganz viele Kollegen und habe das auch an mir selber festgestellt, wie groß die Sprünge einfach sind. In dem Moment, wo ihr eben auch in die Verantwortung genommen werdet, wachst ihr wirklich sowas von über euch hinaus und ihr werdet auch feststellen, dass ihr zu viel mehr in der Lage seid, als ihr euch das vielleicht am Anfang vorgestellt hättet. Bei uns ist es so, es wird natürlich auch einiges geboten. Man nagt, wie wir schon mal gesagt haben, jetzt nicht am Hungertuch. Zum Beispiel haben wir auch ein 13. Monatsgehalt als Weihnachtsgeld. Wir haben 26 Urlaubstage, was sich jetzt erstmal wenig anhört. Man muss natürlich bedenken, dass wir nur vier Tage die Woche arbeiten und man somit eigentlich schon ausreichend Urlaub hat. Natürlich ist es so, dass man im Rettungsdienst, wenn man länger arbeiten muss, diese Stunden nicht umsonst arbeitet. Bei uns ist es so, man kriegt die Überstunden aufs Überstundenkonto bezahlt, kann die sich eventuell auch ausbezahlen lassen. Auf jeden Fall ist es aber so, dass man die Überstunden angerechnet bekommt und man diese Mehrzeit, die man arbeitet, auf jeden Fall nicht umsonst arbeiten muss. Es gibt durchaus aber auch Rettungsdienste. Da ist es so, dass man Überstunden zum Beispiel mit 155 Prozent ausbezahlt bekommt, bekommt am Ende des Monats. Das ist auch eine der Dinge, die ich euch mitgeben will. Wir können jetzt natürlich nur von uns berichten. Es gibt in Deutschland weit tausende Rettungsdienste und jeder Rettungsdienst kann im Endeffekt selbst entscheiden, wie er seine Leute bezahlt, wie er das Arbeitszeitmodell gestaltet und und und. Das heißt, das, was wir euch erzählen, ist jetzt nur beispielhaft an uns. Wenn ihr euch für irgendeinen Rettungsdienst bei euch in der Nähe interessiert, müsst ihr natürlich direkt vor Ort anfragen, wie ist die Bezahlung, wie ist das Arbeitszeitmodell und und und. Was bietet mir der Rettungsdienst oder was fordert mir der Rettungsdienst ab an Hard Facts? Angefangen natürlich mit der Arbeitszeit. Man muss sich im Klaren sein, dass wir im Rettungsdienst natürlich im Schichtdienst arbeiten. Wir gehen jetzt erstmal von unserer bzw. von unserem Arbeitszeitmodell aus, in dem Hanna und ich arbeiten. Wir arbeiten beim Roten Kreuz, arbeiten in der Landrettung, was natürlich auch nochmal ein großer Unterschied ist, ob ich auf der Landrettung oder in der Stadt arbeite. Das heißt, wir fahren zwölf Stunden Dienst, sind zwölf Stunden an der Wache und das Ganze in der Regel viermal die Woche. Von diesen zwölf Stunden an der Arbeit bekommen wir aber nur 10,16 Stunden bezahlt. Das heißt, wir sind fast zwei Stunden an der Arbeit und werden dafür nicht bezahlt. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, wir haben Bereitschaftszeit und auf der Landrettung ist es natürlich so, dass wir nicht die kompletten zwölf Stunden im Einsatz sind. Deswegen geht man davon aus, dass die zwei Stunden quasi die Bereitschaftszeit sind. Hier will ich nochmal kurz einhaken und nochmal genauer auf den Unterschied zwischen Stadt und Landrettung eingehen. Wir haben auch schon ein Video dazu gemacht, wo das rauskam. Das verlinke ich nochmal hier oben. Dennoch möchte ich es hier auch nochmal sagen, weil das natürlich in Bezug auf den Rettungsdienst ein ganz ganz großes Thema ist. Denn ich bin auch schon in der Stadtrettung gefahren und der Beruf ist definitiv auf der Landrettung und der Stadtrettung ein ganz anderer. Das heißt, die Aufgaben sind natürlich im Endeffekt die gleichen. Dennoch ist das, was man tagtäglich macht in der Stadt, eine ganz andere Sache als auf der Landrettung. Meiner persönlichen Meinung nach ist es auf dem Land vielerorts schon etwas entspannter und es geht ruhiger zu, während man in der Stadt natürlich fast den ganzen Dienst unterwegs ist. Das muss einem definitiv klar werden, dass man sich genau informiert, was ist der Unterschied, wenn ich jetzt in der Stadt anfange oder auf dem Land. Ein weiterer Unterschied zwischen Stadt und Landrettung ist nicht nur, dass man mehr unterwegs ist oder weniger unterwegs ist, sondern dass man natürlich auch auf der Landrettung den Patienten ganz anders betreuen muss als in der Stadt. Es ist so, in der Stadtrettung hat man halt in kürzester Zeit Notarzt-Einsatzfahrzeug da. Das ist bei uns oftmals nicht so. Das heißt, wir sind als Notfallsanitäter und als Rettungssanitäter mit den Patienten viel länger allein und müssen viel mehr Maßnahmen am Patienten durchführen. Wir haben natürlich weitere Wege ins Krankenhaus, müssen den Patienten mehr stabilisieren. Das heißt, medizinisch gesehen ist es in der Regel schon so, dass man dafür auf der Landrettung halt mehr medizinisch zu tun hat. Wie sieht es eigentlich aus mit der Kohle? Ganz viele fragen mich, die sich Gedanken darüber machen, wenn sie im Rettungslinis arbeiten, dass sie damit ihren Lebensunterhalt nicht bezahlen können. Manche fragen auch, wie sieht es aus in der Ausbildung, muss ich die Ausbildung selbst bezahlen? Das ist natürlich auch ein Riesenthema. Es ist so, die Notfallsanitäter muss man natürlich nicht selbst bezahlen. Es gab damals einige Modelle, wo man Rettungssanitäter geworden ist, dass man die Ausbildung selbst bezahlen musste. Heutzutage als Notfallsanitäter in der Ausbildung bekommt man natürlich ganz normal seine Ausbildungsvergütung. Aber auch als Rettungssanitäter bekommt man während seiner Qualifizierung natürlich Geld. Das heißt, den Rettungssanitäter oder den Notfallsanitäter muss man auf jeden Fall nicht selbst bezahlen. Es gibt auch noch die Qualifizierung zum Rettungshelfer. Dazu kann ich allerdings nichts sagen, weil wir die nicht anbieten. Es gibt einige Bundesländer, da kann man auch Rettungshelfer werden und dann nur auf dem KTW fahren. Das gibt es jetzt bei uns nicht. Natürlich kann man, wenn man möchte, den Rettungssanitäter auch selbst bezahlen. Das heißt, habe ich jetzt keine Stelle bekommen bei irgendeiner Hilfsorganisation, zum Beispiel ein freiwillig soziales Jahr oder generell die Qualifizierung zum Rettungssanitäter, dann kann man auch den RS selbst bezahlen. Als Selbstzahler muss ich dann halt um seine Praktika und seine Wachenpraktika selbst kümmern, hat dann am Ende die Qualifizierung zum Rettungssanitäter und kann dann theoretisch zum Rettungsdienst gehen und sagen, hier, ich bin jetzt Rettungssanitäter, stell mich bitte ein. Es geht natürlich auch oder wenn man fürs Ehrenamt Rettungssanitäter werden möchte, kann natürlich die Bereitschaft oder der Kreisverband das auch als Selbstzahler sozusagen bezahlen. Was verdient man denn, wenn man als Notfallsanitäter oder Rettungssanitäter fertig ausgebildet ist? Da das viele Zahlen sind, habe ich mir das nochmal genau aufgeschrieben, dass ich euch auch das Richtige erzähle. Es ist so, dass der Notfallsanitäter in der Stufe aktuell 9c eingruppiert ist. Das heißt, zum Beispiel beim Roten Kreuz gibt es verschiedene Erfahrungsstufen. Wenn man in der Erfahrungsstufe als frischer Notfallsanitäter in der 9c einsteigt, das heißt Stufe 1, hat man ein Monatsbrutto von 2.992 Euro. Das sind so roundabout Steuerklasse 1 1.800 bis 1.900 Euro netto. Natürlich steigt man mit laufender Jahreszahl in den Stufen auf und verdient dann natürlich auch mehr. Das heißt, bei uns beim Roten Kreuz ist es so, dass sich die Erfahrungsstufen in sechs Stufen abgrenzen. Wenn man natürlich länger im Betrieb ist als Notfallsanitäter arbeitet, bekommt man nach so und so vielen Jahren dann auch mehr Geld. Das heißt, Hannah und ich zum Beispiel sind aktuell in der Erfahrungsstufe 3 und kriegen dann natürlich auch einige hundert Euro brutto mehr. Ist natürlich nicht die Welt, aber ist natürlich auf jeden Fall schon einiges mehr als frischer Notfallsanitäter. Wichtig wird es jetzt mit den Erfahrungsstufen, um zu differenzieren, wie ist es denn bei anderen Rettungsdiensten. Bei uns zum Beispiel im Kreis sind auch die Jorniter. Die Jorniter werden nach der Eingruppierung AVR eingestuft. Da verdient ein frisch ausgebildeter Notfallsanitäter in der Stufe 1 3.187 Euro brutto. Jetzt wird sich mancher denken, das ist ja mehr als beim Roten Kreuz. Ja, als frischer Notfallsanitäter ist es da mehr. Dafür haben die Jorniter weniger Erfahrungsstufen und es dauert quasi länger in diesen Erfahrungsstufen aufzusteigen. Roundabout kann man sagen, viel gibt sich das nicht. Zum Beispiel die Differenz zwischen Jorniter und so des Kreuz. Allerdings gibt es da auch noch einen Unterschied. Wir haben ja gesagt, das Arbeitszeitmodell ist von Arbeitgeber zu Arbeitgeber unterschiedlich. So ist es zum Beispiel bei den Johannittern so, dass die 24-Stunden-Dienste fahren. Ihr habt gehört, bei uns sind es 12-Stunden-Dienste. Das heißt, die fahren 24 Stunden Rettungsdienst und kriegen davon zum Beispiel nur roundabout 17 bis 19 Stunden bezahlt. Das heißt, es sind dann natürlich auch 5 Stunden oder 6 Stunden, die sie Bereitschaftszeit haben und dann auch nicht bezahlt werden. Es wird euch natürlich auch interessieren, was verdiene ich denn als RS? Da muss einem natürlich klar werden, dass der Rettungssanitäter keine qualifizierte Berufsausbildung ist, sondern nur quasi eine Qualifizierung beziehungsweise ein Lehrgang. Das heißt, man hat am Ende keine abgeschlossene Berufsausbildung, kann dennoch als Rettungssanitäter im Rettungsdienst arbeiten. Was kommt da jetzt aber am Ende des Monats bei rum? Als RS verdient man zum Beispiel bei uns im Rettungsdienst beim Roten Kreuz 2.470 Euro brutto in der Erfahrungsstufe 1. Das heißt, man hat nach dieser viermonatigen Ausbildung schon ungefähr ein Monatsnetto von roundabout 1.700 Euro, was natürlich für so eine kurze Ausbildung finde ich schon echt ein gutes Gehalt ist. Bei den Johannitern ist das Ganze nicht viel weniger. Da verdient der Rettungssanitäter sogar einiges mehr und das sind 2.718 Euro. Da ist es, wie schon vorhin gesagt, beim Notfallsanitäter genauso mit den Erfahrungsstufen, denn der Rettungssanitäter steigt sowohl bei den Johannitern als auch bei uns beim Roten Kreuz natürlich ebenfalls in den Erfahrungsstufen mit der Betriebszugehörigkeit auf. Was ich dazu gerne noch sagen will, ist, dass man den Rettungssanitäter damit auf keinen Fall abtun soll. Es gibt bei uns zum Beispiel viele Kollegen, die sogar Abitur gemacht haben und dennoch ihr Leben lang als Rettungssanitäter im Rettungsdienst arbeiten. Wie schon gesagt, das Gehalt des Rettungssanitäters ist nicht viel weniger. Man steigt ebenfalls in den Erfahrungsstufen mit auf. Zudem kann man als Rettungssanitäter genauso wie als Notfallsanitäter noch Zusatzqualifizierung machen. Man kann zum Beispiel Beauftragter für Medizinprodukte werden, man kann Desinfektor werden und und und. Was natürlich als Rettungssanitäter dann auch noch mal eine Aufgabe ist, die dazukommt. Das heißt, der Rettungssanitäter ist meiner Meinung nach genauso wichtig und ein genauso toller Beruf wie der Notfallsanitäter. Zu diesen Dingen, die wir hier gesagt haben, das heißt zum Thema Geld, Arbeitszeit, Urlaubstage und und und, ist es natürlich auch so, dass man mit den Arbeitgebern verhandeln kann. Das heißt, diese Eingruppierung nach Tarifvertrag, die Urlaubs- und Arbeitszeit nach Tarifvertrag ist natürlich grob vorgegeben. Dennoch kann jeder Arbeitgeber auch sagen, okay, ich mache das jetzt anders. Er kann mehr Geld bezahlen, vielleicht auch weniger. Also es ist auch vieles Verhandlungssache. Ihr habt gesehen, die Arbeit im Rettungsdienst ist extrem vielfältig. Dazu muss man natürlich sagen, der Rettungsdienst ist nicht für jeden etwas, aber sicherlich ein guter Job für viele. Falls euch interessiert, was jetzt genau der Notfallsanitäter in Ausbildung macht und vielleicht auch mal ein Gespräch mit einem Azubi, dann klickt einmal hier oben. Da könnt ihr euch das angucken, dafür haben wir schon ein Video gemacht. Oder wenn euch auch oder stattdessen wenn er der Rettungssanitäter interessiert, dann klickt einmal hier.